hey pyrus herzlich willkommen zu einem neuen video heute gibt es für euch die professional powerbox 1 von heron ja es handelt sich hierbei um ein verbundfeuerwerk bei dem vier batterien miteinander verleitet sind ja die schusszahl beträgt dann insgesamt 144 schuss mit einem kaliber von 25 mm und die brenndauer liegt bei circa 100 sekunden und die effekthöhe bei 40 metern ja und das ganze teil hat eine stolze nm von 1944 gramm also fast zwei kilogramm netto explosiv masse ja und kostet natürlich allerdings auch dementsprechend viel 125 euro ich bin durchaus am überlegen mir sie tatsächlich mal zu holen und ja jetzt wünsche ich euch viel spaß mit dem effekt so 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 so